herzlich willkommen zur nächsten folge auf dem marsch wir werden jetzt unser gras auch schwach bringen das gefahren mal gerade mal rüber zur wiese unser gras blüht schon wieder das ist gut als die blöde ist zwei stücken drunter wir haben mittlerweile zwei fluren mal gucken auf unseren lkw schick den schick den schick den schick den aber jetzt automatisch die lade verkauft zieht die lade die lade gut lenken warum muss ich auch lenken guck auf hier ah ja so und dann mal schön schön zu Dolce war mir überheben, Abbauch ist es leicht hat die Nürn und Kopfleuch jetzt bestimmt keiner mehr zu Klarlichkeiten kann man sich erfreuen danke für jenes Like und für die Abo ja gerne das ist ja schön er hört im Prinzip bei der maximalen mit auf also ich könnte jetzt theoretisch Grasband testen und die Nürnchen mehr verschwinden jetzt lasse ich noch gehen ja das ist ja nichts Neues das ist das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja es ist ja das ist ja Also wie es verklappt, z.B. probieren. Irgendwie gelang kommt man zurück, wo er war. Kann man da nicht erklären. Z.B. probieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, wo will er hin? Aktuelles Seepunkt Lespassend Seepunkt Da haben wir manuell voll Ich hoffe, da müssen drinnen ein wenig weniger Verbrückung noch machen, weil die Wind Ja, wo sind die jetzt hin? Ein Scheiter, wo er vorher auch war, ein Kran. Das ist ein Schleierheft. Das ist ein Schleierheft. Das geht so hoch. Dann muss ich mal den Willen lassen. Dann kommt er hierher und dann schauen wir mal, was er jetzt will. Zumindest in die richtige Richtung. Wahrerweise fett er jetzt, weil er jetzt schon wahllisch anhat, zum Abladen. So, ich habe die Zeit nicht geschloppt. Ich muss halt den blauen Griff halten. Meistens zu kurz oder oft zu ernst. Jetzt fährt er richtig. Gut. Wir wollten das zum... Also die Zillageballen schaffen wir heute nicht mehr. Die kielste Lenkung... Viel besser. Ich denke, wir will nicht. Ich muss mal Licht anmachen. Hat ja frühdunkel heute. So, schauen wir mal. Wir haben einen Spacken. Ausdruck. Den, 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 den. Akzepten. Kann er gleich loslegen. Ja, das ist ungünstig. Ich hoffe, dass er gleich kein Problem hat. Ich hoffe, dass er gleich kein Problem hat. Teilweise wieder gewachsen. Ich überleg gerade... Also... Wie lange, das wo ich bin... Wie lange, das wo ich bin. Das freut mich mal. Abgeleid. Sollte Da kann man die Maus noch einstellen, wenn die Purskack nicht ist. Ja, ne? Dann kann man das auch. dann fahren wir mal eine runde, was solls so dann ist der Auffass fertig gut, ich kann nach diesem mal kommen so, dann machen wir mal, klicken sie her Nächste folgenden Sonntag, vielleicht schon vorbereiten wir jetzt mal für die Wettbewerbskarte. Da ist ein fein Taktor. Das heißt, wir müssen irgendwann mal verfronten. Aber ich weiß auch nicht wann. Sollen wir hier mal nicht gehen hier? Bei den Bäumen? Die Kappen? Das kann helfen. Der schafft das jetzt. Die Kappen? Die Kappen? Die Kappen? Ach er hier. Jetzt wird Nacht. Schlecht. Schlecht. Das ist keine Ballpresse. Das ist auch nicht schlecht. Schlecht mal hinten. Jetzt ist es hell. Das können wir sehen. Das geht fast. Ja, hoch. Die Kappen? 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 H contexts? Für dann noch ein BGH-Fahn. Schlecht mal mit dem Geldrande nicht. Das ist bei mir. 114.000 ist nicht viel. Einmal kurz laden. Die Alten macht vor allem wöcheln. Und zwar... Parten hoch um 20. Was soll das werden? Bei der Fieserkarte. Das kann ich jetzt dringend re-organisieren. So... Ich beginne manuell. Ich muss die ausklappen. Wir wollen einen guten Start machen. So... 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 Z Auf geht's! So... Das wird das. Ist der Menschwarten nun fertig? Flug Der Kurs hat noch eine Zeit reinfahren. Probieren wir noch eine Kugel. Geladen. Ja... Und dunkel, ne? Ups... Wir haben doch neue... Scheiden wir davon. So... Fahren wir schnell zum Hof. Aber Leute... Hier beenden wir die Runde heute. Habe mich gefreut, dass ihr euch eingefallen habt. Danke fürs Reinschauen. Natürlich freut mich. Also wir gehen... Über jedes Wiedersehen. Dann seid mal schüß und winkelwinkel. Und zwar tschau. Bis... Hoffentlich morgen, ne? Tschaui!